Ich bin der Mann. Er ist bei Stuttgart. Er ist bei Stuttgart. Er ist bei Stuttgart. Hey, ich bin cool da. Ich komme gerade von Zürich. Hey, hast du einen Stutz? Hast du keinen? Ja, ist doch. Sonst gibst du mir nachher, hat es vielleicht noch mehr Sinn zu denken. Hey, wie haben Sie denn cool da? So eine coole Hütte. Der Sozialdiakonist hat gesagt, ich suche einen neuen Chef. Er hat gedacht, ich bin genau, wo ich mag. Ich weiss nämlich genau, wo der Bartli den Stoff holt. Ich weiss nämlich genau, wo der Bartli den Stoff holt. Ich hätte nämlich, ich könnte dann auch als Freiwillige mitmachen. Ich habe auch viele Leute auf der Gasse und auch vom Sozialdienst. Ich könnte zum Beispiel Weihnachtslieder singen, so stille Nacht, heilige Nacht, je geil, oder eh, eh, Adam und Baum. Hey, ich bin einfach genau der Lichter für euch. Oder ich und meine Kollegen. Und ich finde, wir müssten auch mal in der Kirche ein bisschen aufräumen. Oder mit den Bänken ein bisschen raus. Und vorne bei dem Taufstein, habe ich vorher gesehen, könnte man doch schöne Wasserpfeifen machen. Können wir alle jetzt den Wasserpfeifen rauchen und dann werden alle die Predigt von dem Pfarrer ein bisschen spannender. Können wir dann auch mal draus, aus der Langweiligkeit erzählen? Ja, also. Also, jetzt muss ich doch noch erzählen, ich habe nämlich schon noch eine andere Vision gehabt. Ja, ich habe ab und zu den Kollegen von den Kollegen so ein Tablettchen genommen, da habe ich so einen Traum gehabt, eine Vision für eure Kirche und Gemeinde. Ich bin dann so im Traum gewesen und auf einer Woche oben und so die Kirche, die ganze Gemeinde, so unter mir, und dann habe ich so die Joints regnen lassen. Und ihr habt alle eins gebaft und hey, total coole Visionen sind dann entstanden. Alle hatten Frieden. Das ist doch das, was ihr wollt, oder?